yo was geht youtube was geht pixel army hier ist wieder euer andré vom pixel background tv und wir sind wieder in hell yeah in der hölle und wie ihr seht da ist doch unser geschenk dass wir das letzte mal von der insel abgeholt haben schauen wir mal was es ist 100 dollar so wo muss man eigentlich jetzt hin aber irgendwie da geht es doch auch lang da kann wir zocken noch mal eben schnell eine runde und 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 wieder nur was gewinnen schnell ja ja ich mich doch mal in ruhe ähm ich bin ja vergessen wo ich lang wollte hoppa und hoppa wo müssen wir denn jetzt hin nicht irgendwo eine tür laut radar da hoch ok yay what the fuck wir mal hier runter lass mich runter alter nein 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 ultihat was ah beide gleich ich verstehe es ist eh meine letzte chance und oh oh hier oh meine güte was zur hölle und dann schauen wir uns doch eben erst mal schnell im monster index um nikon eine der wenigen vorteile darin wie ein riesiges schlachtig up das cool auch zu sehen sind die tollen passbilder wenn du das sagst jetzt so eine waffe gerne dauerhaft irgendwas stimmt da glaube ich mit meiner bildfrequenz gerade nicht ich bitte das mal zu entschuldigen ich werde mal für die nächste folge gucken was du willst könnte allerdings auch daran liegen dass ich nicht an meinem pc sitze naja egal schauen wir mal was haben wir hier serpenta einer dieser drei köpfe war ein sensibler dichter der für seine reflexions natur des krieges hochgelobt wurde aber das hat dich ja nicht interessiert oder für dich sind alle schlangen gleich was rassist ja das muss ich mir jetzt aber nicht geben oder na meine güte mal dasselbe ich war eben schauen hier und da können wir mal wieder auffüllen und weiter gehts wo müssen wir hin dahin wir fallen einfach mal hier runter das dürfte ja ah ah geht weg von mir ja da muss ich hin probieren wir auch mal nur wie naja moment ja ja ob alle falsch was zur helle war das jetzt habe ich jetzt irgendwie nicht so verstanden dann halt noch mal ok ich muss das schneller machen okay okay ich habe es jetzt habe ich jetzt nicht habe es verstanden ja ich habe verstanden keine sorge und jetzt hier lang und jetzt ich drehe halt nur als an dem falschen sehr cool und damit geht wieder eine tür auf für uns so mingos wer einmal versucht hat eine blume in diesem über über launigen kerl zu stecken macht den fehler kein zweites mal ja kann ich mir irgendwie vorstellen so warum müssen wir eigentlich nochmal lang komplett hoch dass ihr auch immer wieder neu herkommen ist als ob ihr hier nichts lernt perfekt ok ok hey ja au war kam zwar von hier ich weiß so wo ich jetzt komplett hoch habe ich eigentlich alles jetzt gemacht monster 0 mission abgeschossen oder was 59 prozent da oben geht es noch weiter aber wie komme ich dann da hoch ja okay keine aufwendigen outfits mehr was hast du etwa wieder getrunken der store absolut nicht so aber ich sage euch oder wenn der so außer nur älter wenn mein zukünftiges selbst hier rum läuft hat das uns sicher was zu sagen los gehen wir mich suchen ok jetzt gehe ich mich selbst suchen ok ok yeah oh ash 2.0 ich bin die zukunft ich habe das spiel schon durch und weiß was du nächsten sommer tun musst willkommen zu den missionen zum spielen musst du 50 groß sein und tot 50 groß juhu das trifft auf mich zu erklär mir wie man spielt und gib mir dein cooles outfit ich verstehe nur bahnung klar erst mal da waren wieder die popos piep ok hallo junges ich starte die mission mach dem um die welt mach dem superheld mich geht die 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 Ja, wie? Yeah, Superman! Hat nur irgendwie nicht so funktioniert Nochmal Yeah Und jetzt Um die Welt zu behalten Wie war der nochmal? So, okay Nein, ja, komm, nochmal Fuck So Los geht's Verdammt Verdammt Yeah 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 Du hast deinen Hut gefunden Für mehr tolle Dinge Sieh dir das Anpassungsmenü an Oh yeah Und dann zeig mal her Anpassungsmenü Okay So, und Wo geht's jetzt hin? Ich hab das Wir gucken uns hier einfach mal weiter um Und da Ja Ja Hier gibt's ein paar Schöne Alter Alter Ah, da ist das Exit Will aber noch nicht zum Exit Nein Nein Genau, und jetzt hier lang Hier lang Und hier und da und da und Boing Boing Ja, 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 ja Und die zwei noch Und da noch Auch noch Genau Und noch mehr Ja, ja Hier gibt's echt viel zu sammeln Das heißt, wir können demnächst wieder shoppen gehen So So Ah, die Bobcentanzeige soll noch alles Wie viel ich noch zu sammeln hab, sehe ich gerade Alter Schwede Das ist einiges Joppa So, ach komm, wir machen erst mal weiter Das dauert sonst viel zu lange Ähm Hier geht's auch nochmal lang Okay Ähm Yeah Neva-Kette Ein UFO Oder was auch immer Total wenig hilfreiche Tipps Ja Abgefahren Der erste Weltraumhase Im Weltall hört dich niemand deine Bilder nachholen Okay, sehr gut Dann aufladen Oh, Shopping Ja, super Granaten Ja, super Granaten Miss Moves So, gucken mal was wir hier nach so An Waffen Shopgun Können wir uns aber alles noch nicht leisten Äh, holen wir uns mal ein Blutschub Äh, ne Wir warten einfach noch Und ja Ich würde sagen Hier machen wir dann direkt weiter In der nächsten Folge Ich hoffe ihr hattet wieder Spaß Und ja Wie immer zum Abschluss Sockenhaus Los, los geht's Das war euer Andre Das war das Specs Wir sehen uns Hau da rein See ya